Hi, hier ist Tobi von Language Knowledge und in diesem Video sehen wir uns den Unterschied der Präpositionen zu und nach im Deutschen genauer an. Dieser Unterschied ist an sich sehr einfach, denn grundsätzlich wird zu nur bei Personen und nach bei Orten verwendet, jedoch gibt es hierbei auch ein paar Ausnahmen. Zunächst einmal ein paar Beispiele für die Regel. Ich gehe zu meinen Großeltern und wir fahren nach Berlin. Jedoch gibt es wie schon gesagt ein paar Ausnahmen. Beispiele dafür sind, wir gehen ins Museum bzw. wir gehen in das Museum und wir fahren in die Britannien. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angesehen hast. Doch eine Bitte hätte ich noch und zwar, da es unsere Vision ist, dir mit unseren Videos so schnell es nur geht weiter zu helfen, benötigen wir dein Feedback, was wir an unseren Videos noch besser machen können, in Form von einem Kommentar. Vielen Dank auch dafür.